ARD Text im Auftrag von Funk 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 Oh Gott! Nur nicht wissen! Alle weg vom Auto! Ich sehe schon bei mir gleich an drei Fahrzeuge explodieren. Weg da, Manu! Weg da, ich muss durch! Ja, fahr, 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 fahr! Oh, auf die Motorhaube traut! Alter, verrückt! Hallo! Ich hab kein Sound mehr! Du hast schon die Engel singen! Ja, stimmt! Nur eine Fragebaum! Ah, ok! Also, du musst den ganzen Wald abbrennen, Alter! Feuerball im Wald? Was hab die getan? Seht aus, als wenn da Zelte stehen! In den Tannen! Und das können auch Spieler sein! Anfahrer, ja! Hat jemand... Achso! Das ist praktisch! Ne, stopp! Ah, nicht mehr! Ah, ok! Oh, ne... Du musst dir mal die Zündung überprüfen lassen! Oh, da steht ein Prager! Ja... Kann ich ja nicht wissen! Wo ist das? Oh, ist nochmal explodiert grad! Die fleißigen Läutlein, die das gesammelt haben! Oh, ist nochmal explodiert! Alter! Tja! Oder die tun jetzt aus Wut um sie Schandgranaten schreit! Na! Gerade aus ihren Zelten gekommen, auch! Nein! Alter, Mike ist ein richtiger kleiner Bandwitz! Danke, Fantasien! Bitte, der sitzt da noch und hält den grad seinen Boden ins Gesicht! Äh, Zombies rechts von uns! Was? Zombies rechts von uns! Jawohl, Zombies rechts von uns! Ja, lass mich mal hier raus! Oh, Schrauber ist, ist cool! Ach, ne, sorry! Das ist, das ist ein Vogelscheuche, sorry! Ah, Alter! Ja! Durch die Bewegung hat sich das Ding halt auch mitbewegt! Ich mach! The Wave! Das ist aus den Lens! Oh, Mann! Oh! 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 Ist der hier in der Feuerwehr vielleicht? Ich schock jetzt rein. Unmöglich. Ja, ich... Hier ist ein Bündchen draußen. Ich bin durch die Feuerwehr. Ach komm schon, Zombie, verpiss dich doch. Verpiss dich, Zombie. Ich bin schon drin in der Feuerwehr. Ja, wer ist in der Feuerwehr? Ich, 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 ich. Oh Mann, alle Körpers drehen direkt. Hin und her, hin und her. Na, ich hab das Kopftuch auf, Mensch. Ja, du bist nicht der Einzige, der das aufhören kann. Ich provozier mal Schlüsse. Wahrscheinlich eh noch so ein scheiß Survivor, wenn ich wieder anschießen will. Ja, der hat ja bloß eine Double-Berwelle. Ich denke mal, er wird bestimmt ein Hotel oder so gewesen sein. Was, da bin ich gerade dran. Hier steht ein SCOE. Echt? Oh ja, hier im Hotel liegt auch ein Looth-Haufen. Hast du jetzt echt ein SCOE gefunden? Ja, der spawnt da. Ach so. Ist er nicht? Oh, hallo. Hallo. Alter, wo ist er nach vorne? Alter, da ist er, das ist eine Frau, sie trägt Blau. Wo denn? Vom Supermarkt. Was? Oh, was? Alter, ist das dieser fette Bug-Klotz, der da wegwollt? Läuft doch von mir weg. Oh Gott, sie will schießen. Schnell überweg. Wo, 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 wo? Wo denn? Ich will die nicht erschießen. Es wendet. Rechtsabliegen ist Survivor. Es läuft sie da. Da lief sie. Haha, ich bin ja gerade auf diesem einen Dach hier drauf. Das hier alles im Überblick. Wer steht hier hinter der Mauer? Bist du das eigentlich? Ich. Ja, ja. Boah, du wichst, Tommy. Ich bin böse Menschen. Ich schieße einfach auf dem Weibchen. Und auf dem Weibchen ist Survivor. Ich bin ein Hero. Nein, ernsthaft? Natürlich bin ich ein Hero. Wolf, man schatze dich. Ich kenne die Frau, das geht es nicht. Ich hatte die ganze Zeit im Visier. Aber ich wollte keinen Survivor schießen, weil ich Angst hatte, dann wieder zu zweit zu werden. Ich zähle jetzt erstmal durch. Eins, zwei, drei. Augenblick, ich bin hier vorne in der... keine Ahnung. Oh Mann. Wo ist denn hier vorne in der... keine Ahnung. Na, keine Ahnung, was das sei. Ich komme jetzt aufs Auto zu gerannt. Ich sitze drin. Hier, da war noch einer. Nick. Der würde mit dem anderen Auto fahren. Fahrten wir da, war das Auto nicht voll hier? Ne. Na, nicht. Ja, theoretisch könnten wir den anderen SUV zusammenschrauben, oder? Und wir vier Reifen? Ja. Ja, hier ist gleich in das zu will, ne? Ne, bei meinem Auto sind alle Reifen kaputt. Da kann nur die Engine raus und vier Part. Oh Gott, wir waren da gerade beim Reparieren, oder nicht? Das ist egal. Du kannst die Teile trotzdem nicht rausbauen. Ja, genau. Ach, wie... Wie auf wie viel Prozent werden die denn repariert? Ein Lidl. Die werden voll repariert, aber beim nächsten Restart sind sie wieder kaputt. Nein, die werden nur... Dann könntest du ja Teile fahren. Dann stellst du dein Auto daneben dran und baust die ganze Zeit Teile aus, wenn dessen repariert wird. Ne, ne. Also, wie viel Prozent haben die Reifen, wenn du die repariert hast, da... Okay, wie vor dem Reparieren. Und sie werden nur grün angezeigt. Also, der Server merkt sich, die hat voll repariert, aber die sind nicht repariert. Genau. Aha. Also, du kannst sie nicht ausbauen, aber du kannst sie als 100% Reifen ansehen an deinem Auto dran. Wenn du nicht drin bist, ist alles auf grün. Genau. Na, Manu, jetzt, jetzt ist es dran. Ja. Was? Der Manu hat doch kein Night Vision. Okay, der beteiligt, kann fahren. Ich kann auf einmal. Ja, da, da, da. Äh, fahren wir mal nach Novi Dwar. Hallo, es ist ein Freikisch. Hallo. 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 Was drückst du nach Novi Dwar fahren? Ein Schwein rechts. Bitte gerne eine bessere Waffe als eine AK. Was hatten wir erst zum 8.0 Survivor? Ein paar Mal Drückerfahrt. Wie, der AK, ja, nicht darüber im Video oder so. Die Mixed Chains. Musste das jetzt sein mit dem Schwein? Was? Hm. Das hat bestimmt eh nichts. Oder? Meinst du, das Vieh produziert dem Jahr nix? Ja. 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 Ja, tut das. Das ist Bannergut und da kommt der Nero. Äh, Nick, halt mal an, die sind rechts von dir im Wald. Fahr mir hier runter, Nick. Nein. Du, ich verarsche doch nicht. Hä, seid ihr jetzt hier wirklich? Ja, wirklich. Ja. Hätte ich dann nicht gesagt. Ja. Ja. Jetzt bin ich verviert. Ja, wirklich. Wir sind rechts von dir. Ja, wir sind. Ja, wir sind. Die Hälfte von uns erarscht. Und die andere Hälfte. Ich lache nur. Hm. 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 Ja, wir haben das mal. Das genau. Alex, was schreibt ihr? Na, freagant. Dann aber auch kirlisch. Genau. 6, E, C, N, N, Falschrum, A, T, H, B, L, D, N, Y, W, K, N, A, U, Z. R, A, E, Komma. Wer ist Black Joe? Ich bin nicht zerwiert. Da freu ich mich auch. Keine Ahnung. Der spielt schon seit vorgestern oder so hier. Dann ist sein, dass jeder, der Joe im Namen hat, ausgespricht. Warum machst du Licht an? Ich hab ein Neid. Ach, ein V-Love ist der. Habst du grad nicht Licht angemacht? Ja, aber ich hab's wieder rausgebracht, weil mir eingefallen ist, dass ich da ein Neidwischen anziehen könnte. So, der Pilot macht erstmal eine Nachtflugpause. Hey Leute und herzlich willkommen bei euren ThePlayPaintBall. Im letzten Video habe ich mein Heli hier auf dieser Insel unten geparkt. Bin jetzt mal losgeflogen hier hoch in diese Richtung an der Küste lang. Hier auf dieser Insel war ein Heli-Crash. Bin dort leider hängen geblieben mit dem Heli, der ist kaputt gegangen. Bin dann hier rüber geschwommen an das Ufer und bin dann hier Richtung hoch gegangen. Richtung Norden. Und Leute von mir haben hier gerade sich bekämpft an einer Base. Und dann bin ich einfach mal so ein bisschen von hier in die Richtung hoch gegangen. Und habe sie unterstützt. Und das könnt ihr dann einfach jetzt im Video sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß Leute und bis dann. Wie ist da irgendwas? Dann warten. Warte, warte einfach. Hehe. Wo I take was killed vor Black Joe. Okay, der hat den gerade gekillt. Und ich glaube der hat sein Haus auf gemacht gerade. Deswegen hat er den gekillt gerade. Aber ich glaube nicht, dass der Black Joe alleine ist. Egal, werden wir es sehen. Lass ihn töten jetzt. Er ist Bandit. Wo ist der? Dürfte ich ihn töten oder möchte einer von euch? Wir machen jetzt keine Kill-Absprachen. So was machen wir, wenn wir in der sicheren Position sind. Oster, Oster. Ich hoffe, in der Show hinterher. Okay, ich gehe jetzt zum Ufer. Also der war auf jeden Fall gerade im Wald. Der war gerade im Wald und jetzt ist er aber, nachdem er geschossen hat, ist er losgerannt in Richtung Base, Richtung Nordwesten. Okay, ich sehe eine Garage. Krell jetzt da rein. Ich bin auf 100 Meter ran an der Base. Verschnauf vorher, Verschnauf vorher. Ja, nee, nee, klar. Komm, wie der die Nahkampf-DM erst? Wieso? Der lootert 100% den erst mal. Welcher Hero ist der jetzt schon in der Base? Wo hat er den denn erschossen? Wir haben kein Hero in der Base, oder? Der neunste der gerade vor der Garage rum. Wir haben kein Hero. Ich bin der Hero in der Grüne. Ich bin der Grüne, aber noch nicht in der Base. Der Guard Skin? Guard? Nee, ich hab so'n grünen. Nee, das ist der, äh, das ist der Bliss. Hier, hier, QE, QE. Wo hat er denn getötet, weißt du das? Ich hab keine Ahnung, der hat hier aus dem Wald in Richtung Nordwesten geschossen. Ich durchsucht den Wald. Okay, ich seh, der läuft vom Leuchtturm. Ach, der Leuchtturm. Das ist aber ein anderer, das ist ein anderer. Oder der ist gelbendet geworden. Wenn's der mit der Russen-Mütze ist, dann ist es der. Okay, dann läuft der wieder vom Leuchtturm, Leuchtturm wieder zurück. Wenn er zum Zelt rennt, kann ich schon perfekter schießen. Hab ihn grad verloren. Da ist er. Versuch den mal zum Locken. Locken. Oder diese Leiche. Sehen, ich seh, ich seh ihn. Ich seh da einen unter... Okay, ja, komm. Es wird eine...